Und dann Moinsen zum zweiten Teil dieses Zweiteilers. Ich hoffe, ihr habt den ersten Teil schon abgecheckt. Ich hoffe, ihr habt es auch sehr, sehr gerne nochmal tun, damit es auch chronologisch das Ganze natürlich Sinn ergibt. Auch da ein bisschen was, ein bisschen mehr im Intro auch gequatscht noch. Das war das Thema Frankfurt und eben die Fans, Fansituationen, die Szenen, die sie abgespielt haben zu Frankfurt und natürlich auch ein bisschen statistisch und so Geschichten nochmal nachberichtet oder was eben noch kam im Nachhinein zum Frankfurt-Spiel, zum Sieg in Frankfurt 2 zu 1. Und jetzt wieder angekündigt, ich komme jetzt ein bisschen VfB-News mischmascht. Ihr wisst, wie das läuft. Ich gehe ein bisschen durch. Ein bisschen Chronologie habe ich versucht reinzubringen. Das ist jetzt aber auch der einzige Teil, wo ich wirklich meine Tabs durchgehe und dann gleich zum Vorbericht-mäßigen Ding zu Bremen. Wieder ein bisschen mehr Struktur drin, Stichpunkte vor mir und was ich natürlich ganz unterschlagen habe, was natürlich auch noch fehlt, was ich gar nicht jetzt angekündigt habe im ersten Teil, das ist jetzt eben hier die Angekündigung, natürlich auch am Ende die Spieltag-Tipps zum, es ist schon der 13. Spieltag, ne? Genau, legen wir los mit den VfB-News. Ganz am Anfang, das haben wir jetzt dann auch am Samstagmittag, müsste es sein, die U17, wer das verfolgt hat, ich habe das ehrlicherweise kein Spiel gesehen, aber eben auch in irgendwelchen Tickern mal gesehen, die Tweets verfolgen so Geschichten oder die ganze Geschichte einfach verfolgt, U17-WM-Finale für Deutschland und jetzt natürlich auch sehr geil, dass wir einen VfBler dabei haben aus Jung und Wild, Max Herwerth nämlich, das müsste ja auch sogar der Sohn sein, ist es der Sohn? Ich meine, es ist der Sohn von hier Tobi Herwerth, hier Pressesprecher-mäßig vom VfB aus der Abteilung, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Nummer, kann ich direkt überleiten in so ein leichtes Gerücht, ne? Der Mann hat einen blauen Haken, sieht nach einer ganz okay Quelle aus auf Twitter, aber es ist eben bisher nur das, wir sind wohl ein Klub, auch Dortmund zum Beispiel, wir als VfB, die interessiert sind am Mohamed Harmony, U17-Spieler von Marokko, und auch hier immer das Thema, eine einzige Quelle, eine Twitter-Quelle, warten wir ab, aber ich habe ihr meine Schuld getan, sage ich mal, der Name ist schon mal auf unserer Agenda, das heißt, wenn ihr irgendwann ein paar Wochen kommt, im nächsten Sommer kommt, was weiß ich, dann können wir hier sagen, okay, wussten wir schon Bescheid, auch sehr geil, Mohamed Sanko, so ein bisschen Leihspieler, Watch, wie es auch manche betreiben, auch immer sehr schön, sich immer wieder durchzulesen, hat tatsächlich mal wieder getroffen, und das nicht nur einmal, sondern dreimal, 3-0, drei Hütten, Mohamed Sanko, bei einem 5-0-Sieg, von Herakles Al-Melo, und für die FIFA-Zocker, weil es mir auch aufgefallen, dass ich auch krass fand, der hat ein Inform bekommen, 83er Inform, echt eine knackige Karte, ein 87 Pace, 83 Schuss, ordentliche Karte, von einer 64 hoch, das ist ja eigentlich eine Bronze-Karte, von einer 64 hoch auf die 83, kostet halt gerade irgendwie komplett den Arsch voll, irgendwie 53.000, wahrscheinlich wieder irgendwelchen Kack-SBCs, wo sie irgendwelche Informs brauchen, regt mich immer so auf, wo den eigentlich als, hier, als Super-Sub auf die Bank setzt, Mohamed Sanko, bin ja eh so, hab ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, kommen auch gleich nochmal, glaube ich, einmal kurz mit drauf, in FIFA, eh einfach nur auf Fun am Zocken, die VfB-Evolutions, so einfach, ne, VfB mit reinbringen, dann macht es irgendwie mehr Bock mit so einer, in Anführungszeichen, emotionalen Verbindung, sag ich mal, statt jetzt mit irgendwelchen MAPs rumzurennen, sag ich mal, macht mir einfach mehr Spaß und ich hab da eh keinen Anspruch an mich selbst irgendwie, keine Ahnung, der nächste E-Sportler zu werden, deswegen wäre es cool gewesen, aber 50K auf die Bank, vergiss es, ich hoffe, die scheiß SPC sind irgendwann vorbei und dann kann ich mir den irgendwann für 15K mitnehmen, also für die FIFA-Zocker, die vielleicht auch so ein bisschen nostalgisch oder Fanbrille haben, wie auch immer, Sanko Inform ist da, auch sehr geil, die VfB-Frauen haben den Tabellenführer SC Sand 2 geschlagen, 1 zu 0 Sieg und damit sind die einfach Herbstmeister, sehr, sehr geil, da ist ja auch die Hoffnung groß oder auch durch die Erwartungshaltung groß, dass sie aufsteigen und da ist eine Herbstmeisterschaft schon mal eine sehr geile Nummer, auch sehr stark und einfach auch ein schönes Ding, wie es laufen kann, wie es laufen soll, das ist Jugend, das ist Jugendarbeit, VfB, die VfB U1, die hat ja hier schön knackig 6-0 gegen Schott Mainz gewonnen, natürlich auch ein bisschen frech, was du teilweise rumrennen lassen kannst, nochmal ein ganz anderes Thema hier, quasi die ganzen zweiten Mannschaften, VfB 2, Freiburg 2, bla bla bla, in solchen Ligen da rumgegen zu lassen, wobei Freiburg 2 sogar nochmal höher ist, aber du rennst da halt rum mit Kastanaras, Eckloff, Ulrich Di Benedetto, Simon, das ist halt alles eigentlich so quasi kurz vorm Schritt in Bunzier-Kader oder oft auch schon im Kader gewesen, deswegen vielleicht auch schon ein bisschen unfair, aber worauf ich hinaus will, ist die Grafik hier, die VfB nachholz hochgeladen, hat, nämlich die Startelf, ausschließlich aus Spielern, die im VfB NLZ ausgebildet wurden, ein Novum für den VfB, sehr, sehr geiles Ding, also die waren jetzt nicht 100% alle nonstop da, aber eben weite, weite Teile gemacht haben, Dennis Simon seit der U12, Alexander Kreuz, von der U15 bis zu U21 war er und Notenagel hier auch, U15 bis U19, da schreibt der VfB dazu, dass die zwischenzeitlich mal im VfB verlassen haben und dann wieder zurückgekehrt sind zu U21, Leon Reichert seit der U13, Hoppe seit U13, Eckloff seit der U11, Ulrich seit der U12, Benedetto, Di Benedetto seit der U15, Drakas U14, Paula U14, Thomas Castanaris seit der U9, U9, das ist einfach ein geiles Zeichen, so für die Jugend, an die Jugend, wie auch immer, da kann man sich wirklich, wirklich Hoffnung machen, dass da ein paar mehr Leute durchbrechen in den nächsten Jahren, dann, wie auch schon im ersten Video ein bisschen angeteast, ist Hiroki Ito, kam irgendwann die Meldung, habe ich auch so beim Frankfurt-Spiel gar nicht aufgeschnappt, kam so überhaupt nicht rüber, aber ist jetzt leider Fakt, dass der Mann verletzt ist, Muskelverletzung zugezogen in der Stoßphase in Frankfurt und wird bis zur Winterpause nicht mehr für den VfB auflaufen können, klingt jetzt irgendwie krass, aber es ist ja gar nicht mehr so lang, so, ne, gar nicht mehr, die Spiele kommen halt dick gepresst, ne, englische Woche Augsburg, englische Woche Pokal, aber so lang ist es ja gar nicht mehr bis zur Winterpause, aber natürlich trotzdem auf jeden Fall schade, zu Ito, kam natürlich auch noch mal die Gerüchte jetzt auch neu mit dazu, ich glaube, das wurde auch schon mal quasi so berichtet irgendwann, aber jetzt auch noch mal quasi doppelte Absicherung, auch Sky noch mal berichtet, dass Ito eine Ausstiegslausel über rund 30 Millionen Euro hat, Winterwechsel unwahrscheinlich, hat er nicht geplant, der Plan ist es auch beim VfB zu beenden und hat ja auch erst seinen Sommer eben mit der Ausstiegslausel dann drin, erst seinen Vertrag im Sommer, so rum, eben mit der Ausstiegslausel drin, dann verlängert und auch da einfach zuckersüß von Hiroki Ito quasi direkt nach seiner Verletzung quasi, als es announced wurde, packte er ein Foto rein mit der Mannschaft, vollen Fans, vor der Kurve, vor der Kanzlerkurve, schreibt drunter, keep going and good luck, so nach dem Motto, so wir sehen uns, wir sehen uns bald, ich kann nicht, ich kann quasi nicht, nicht mithelfen, aber viel Glück, wir sehen uns und sowas, einfach süß so, das musst du ja nicht machen, so du musst so einen Poster nicht absetzen nach der Verletzung, so jeder bekommt es mit, dass du verletzt bist, bist nicht im Kader, du musst es ja nicht machen, einfach schöne Geste von Ito, eine süße Geste irgendwie auch und auch da muss man sagen, noch da wurde ich fast so ein bisschen nostalgisch, habe ich so ein bisschen in den letzten Jahren noch mal angeschaut, was wir da gerade für eine Art von Luxusproblem haben im Kader, in Sachen Kaderbreite und eben Qualität in der Kaderbreite, ist schon brutal, weil klar, Ito fällt aus, ich finde es brutal schade, er ist brutal wichtig, bringt auch nochmal andere Stärken rein, als die Spieler, die ich jetzt gleich ansprechen werde, diese linker Innenverteidiger, linker Verteidiger, ein Wahnsinnsspielaufbau, geile Pässe und so weiter, ich liebe Ito, ohne Witz, immer noch die größte Missentad Masterclass, den für eine halbe Million da jetzt in Summe aus der zweiten Japanische Liga rauszufischen, hat auch viele andere, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, aber jetzt habe ich Ihnen leider den Namen angesprochen, deswegen ganz kurz noch zur Vollständigkeit, bin ja generell einer der, von dem Großteil der Arbeit von Missentad immer noch überzeugt bin oder happy bin damit und ist immer noch ein sehr, sehr großer Grundbaustein für dieses Team, so noch perfektioniert und obendrauf gesetzt durch Wohlgemut und Hoeneß und so weiter, aber die Grundbasis, so drei Viertel von dem Kader ist ja immer noch ein Missentad Kader, aber Ito vor allem eben einfach krass und dass er ausfällt natürlich sau, sau schade, aber ey, dann rückt halt ein Ro wieder rein, das kommt so die erste, die wahrscheinlichste Variante, kannst auch ein Stenzel bringen, du hast ja auch noch ein Stergiu, der natürlich auch eher so ein bisschen rechts und rechter Verteidigermäßig spielt, ein Ro auch eher auf rechts, ja, Stenzel gerade angesprochen, du hast da echt viel, hast auch viele Varianten, spielst in der Viererkette mit Mittelstadt und sowas, bringst du wieder Wingbacks, dann ist er wieder ein Magno-Mann, interessant auf rechts, der jetzt auch wieder zurückkam, wieder eingewechselt wurde in Frankfurt, ich glaube noch nicht so ganz für Startelf vielleicht, aber auf jeden Fall auch wieder rankommt aus der Leitungsverletzung und das sind eben Geschichten, die sind einfach so angenehm, dass du jetzt hier guckst, Ito, Dezember, hast noch ein paar richtig knackige Spieler vor dir, fällt bis zur Winterpause aus und da musst du halt nicht in Schnappatmung verfallen, da muss kein, oh fuck, der beste Verteidiger ist weg, jetzt musst du einen, was weiß ich, einen Endo reinstellen oder sowas in der IV und irgendwie improvisieren oder ach du Scheiße, die nächste Spieler haben ja jetzt ja 100% dann verloren, wenn uns der Spieler fehlt, das ist ja gerade überhaupt nicht der Fall so, man kann da viel entspannter drauf gucken, natürlich auch tabellarisch, ist ja auch ganz klar und da auch so ein bisschen Anekdoten mäßig oder ja, Vergangenheit mäßig, Throwback mäßig, bei Verletzungen, wir hatten ja auch schon Phasen unter Materazio vor allem auch in der schwierigen Saison mit der Endo-Rettung, wo wir auch unfassbar Pech hatten, Verletzungspech, Corona-Fälle und so Geschichten, weiß ich noch, auswärts nach, auswärts Augsburg, wo ich auch dabei war, live vor Ort, danach glaube ich, oder war es danach oder davor, auf jeden Fall auch im selben Zeitraum, auch noch zu Hause gegen Bielefeld, 1-0 verloren, wer da Bock drauf hat, gerne mal die Aufstellungen abchecken von damals, so, wer, wer, wer da keinen Bock drauf hat, gerne lassen so, das ist auch schon ein bisschen fast, ja, statistisch sich das Zeug nochmal anzugucken, aber mit einem Massimo in der Sturmspitze, Mola hinten, defensiv irgendwie, gefühlt als IV in der Dreierkette, es war Vogelwild teilweise, ne, es war Vogelwild, nur das nochmal auch als Beispiel, dass der Kader jetzt auch einfach in der Breite so, so viel besser geworden ist oder so gut ist aktuell und so gut performt aktuell, gerade vorhin angesprochen, es kommt jetzt auch nochmal kurz, nochmal kurz FIFA, dann habe ich es auch immer wieder angesprochen, und du konntest einen Silas hochpushen in den Evos, also ich spreche jetzt von denen, die ich gemacht habe, einen Silas, einen Girasi, einen Wagnoman und so Geschichten, aber natürlich kannst du auch andere machen, hier habe ich auch noch gemacht, genau, Ulrich, genau, manche haben auch noch gefühlt alles mitgenommen, was du machen konntest, auch die Dinger, wo du zahlen musstest, mit Münzen zahlen musstest, haben sie auch alle mitgenommen, also geht noch viel mehr als das, aber jetzt, wenn ich auch auf der Agenda habe, was ich jetzt noch mache, ist Waldemar Anton, kostenlose, glaube ich auch, kostenlose Evo, Anton ein bisschen hochpushen, zumindest auf 75 Pace dann hoch, defensive Füße ist eh geil, packst ein chemistry style drauf, und dann kann man den echt, zumindest mal aus Fun in seinem VfB-Team, oder wie auch immer zocken, auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Evo, für einen richtig guten VfB-Innenverteidiger, neben Ito zum Beispiel, der auch als Base-Karte echt nicht verkehrt ist, aber Anton, Themenüberleitung, müssen wir auch bei Anton bleiben, weil da gab es tatsächlich jetzt mal die ersten Gerüchte über Bayern München, Bayern fucking München, die Gerüchte zu Leverkusen habe ich ja schon mal aufgegriffen, Wolfsburg aufgegriffen, bei ihm auch das Thema Vertrag, bis zum 25 Vertrag, die Gespräche sollen gestattet sein, hier laut Blättenberg mit dem VfB, mit dem 27-jährigen Anton, unser Kapitän, auch einer, wie vorhin bei Undaf, den du auch echt einfach irgendwann mal mitnehmen musst, auch da wieder einfach, weil du auf das Material, guckst, oder zumindest auf die Leistungen vom Material guckst, in der Innenverteidigung bei der deutschen Nationalmannschaft, und dann kannst du mir nicht mehr logisch erklären, warum Anton nicht zumindest mal mitgenommen wird, auch da hoffe ich sehr drauf, dass er es irgendwann bekommt, dass er da mal mit darf, wie gesagt, EM, mal gucken, aber zumindest mal mit darf, nominiert wird, und auch hier, ganz klar, hat er auch schon in Interviews so mal gesagt, Anton, er fühlt sich hier wohl, es ist sehr schwer, ihn hier loszueisen, wenn er sich wohlfühlt, die Familie wohlfühlt, Gespräche werden laufen, da bin ich echt sehr, sehr guter Dinge, dass Anton hier verlängert, auf jeden Fall, und jetzt eben, neues Gerücht zu den Bayern, da jetzt nichts Tieferes, natürlich krass, weil Name und Bayern München und wow, aber auch da, die sind einfach, ne, einfach beeindruckt von seiner Entwicklung, zu Recht, und wenn er eben Nationalspieler wird, auch nochmal so ein Thema für die Bayern immer, deutsche Nationalspieler, aber eben auch nicht mehr als das aktuell, einfach Interesse, irgendwo auf irgendeinem Zettel steht da halt, und ich glaube eben, dass auch jetzt generell so den Bayern wahrscheinlich sehr, sehr viel die Gerüchteküche brodeln wird, die haben ja glaube ich echt einen ziemlich großen Transferwinter vor sich, viel passiert, viele Positionen, eben auch zum Beispiel, die, ja, Innenverteidepositionen, wo sie zumindest mal in der Breite was brauchen, sehr wahrscheinlich, wenn man sich mit so einer Scheiße wie Boateng überhaupt auseinandersetzt, dann ist da schon, ja, brauchen sie wohl jemanden in der IV zumindest mal für, für die Kaderbreite, deswegen wird da glaube ich viel Name-Dropping fallen, Anton sehe ich nicht zu den Bayern, und auch ganz generell sehe ich nicht, dass Waldemar Anton uns verlässt. Weiter zu Seru Girasi, auch da oft angesprochen, die Gerüchte, auch hier wieder, ja, ich sag mal, fast irgendwie aufgewärmte Gerüchte oder eben auch ein bisschen was Näheres mittlerweile, Newcastle war immer wieder in den Gesprächen, bleibt dabei in den Gerüchten, auch hier wieder irgendwelche, Transferjournalisten mit blauem Haken auf Twitter und so Geschichten, die sind wohl wirklich sehr, sehr interessiert, das zu ziehen, und wie gesagt auch da, 17,5 Millionen ist ja ein absoluter Witz für Newcastle, jetzt natürlich auch noch Italien weiter voll mit drin, ASRUM-Interesse, AC Mainland wurde auch immer ein sehr großes Interesse nachgesagt, und jetzt soll eben auch Manchester United Interesse haben, ist die neue News hier aus der Transfer-Bubble, sag ich mal, der 4 Millionen Transferjournalisten auf Twitter, ja, die haben wohl quasi schon angefragt zu ihm, halt mal irgendwie abgetastet, wie auch immer, keine Verhandlungen, kein Angebot, wie auch immer, wobei hier in dem Fall ja nicht groß Angebot ist, weil der 17,5 Millionen sieht, ist fertig, haben wir kein Mitspracherecht mehr als VfB, fehlen wir da neue Klubs mit reingekommen, auch hier Sky hat es auch aufgegriffen, da ist auch eine deutsche Quelle mit dabei, Mailand, Atletico Madrid hatte ich auch schon mal angesprochen, auch die nennt sie weiterhin, die nennt sie auch noch kein Man U, Newcastle, aber auch da bleibt der Stand der Dinge halt, dass Gerasi kein Winterwechsel forciert, also er will nicht aktiv wechseln, aber ausgeschlossen ist natürlich auch nichts und eben diese Ausstiegsklausel hier, wo sie immer schreiben, für weniger als 20 Millionen Euro, ist ja mittlerweile auch so aufberichtet worden, dass es dann wohl sehr wahrscheinlich auch die 17,5 Millionen sind und auch da, deswegen würde ich das Thema gar nicht länger machen, es ist nur eben die neuen Klubs mit rein, Man U auf einmal mit drin und so Geschichten, da habe ich schon oft meine Meinung zu geäußert zum Thema Gerasi, dass ich mein Bauchgefühl, vielleicht auch einfach mein hoffnungsvolles Bauchgefühl sage, der bleibt den Winter noch, weil eben, er fühlt sich hier wohl, das ist ihm glaube ich auch sehr wichtig, er ist hier absolute Stammkraft, ich glaube das kommt auch sehr rüber bei Gerasi, dass er jetzt nicht irgendwo einfach nur fürs Geld, ich sage, so kommt es rüber, wenn er es am Ende so macht, dann ist es halt so, dann ist es halt Fußball, aber es kommt so rüber, dass er jetzt nirgends hin wechselt und sich als dritter Stürmer irgendwo beim Man U oder so auf die Bank setzt, nur um da mehr Cash zu machen, das ist glaube ich wirklich einer, der auch irgendwo, jetzt auch in dem Alter schon, 27 oder sowas, bis auch nicht mehr irgendwie, bis kein Talent mehr, das irgendwie hochgezogen wird oder irgendwo ein Bankdrücker spielt oder bis auch nicht in dem Alter, wo du als Routinier nochmal kommst, irgendwie mit 33 oder sowas, sondern er will spielen und er will Stamm spielen, deswegen geht er glaube ich nirgends hin, wo er irgendwie als zweiter, dritter Stürmer kommt und das hat er eben bei uns hier ganz, ganz klar, diese riesen Position, diese riesen Wichtigkeit im Verein, plus eben Afrika Cup, der ist ja weg von Januar bis Mitte Februar oder sowas, also wenn jemand kauft in der Januar Transferphase, dann kaufen sie den Spieler, der irgendwie ab Mitte Februar da ist, dann auch erstmal, wenn er sich ins Team einfinden muss und dann irgendwie gefühlt hat, erst irgendwie Ende Februar, dann da richtig performt, Mitte, Ende Februar richtig performt, auch eigentlich was, was abschreckendes dürfte bei Vereinen, Man U, ich will es gar nicht runterbewerten, Man U Riesenklub, aber so Man U im aktuellen Zustand, wüsste ich nicht, warum irgendwer da auf Ernst hinwechseln sollte, der nicht vorhat, seine Karriere komplett zu zerstören, das Gefühl Man U macht mehr Karrieren kaputt, als sie irgendwie aufbauen, deswegen also würde ich überhaupt nicht sehen bei Gerasi, Newcastle ist ja scheinbar wirklich sehr, sehr dick dran oder bleibt zu hartnäckig in Gerüchten zumindest mal, da muss ich ja auch sagen, bin ich nicht so tief drin, habe ich auch schon mal angesprochen, deswegen hier nochmal kurz und knackig, Isaac und Wilson haben sie ja, ich meine da war irgendwie mal ein bisschen Verletzungsgeschichten dabei, ich glaube Isaac ist wieder zurück, Wilson auch bald und dann hast du eben das Thema, so, dann bist du ein Gerasi, der im Afrika Cup ist und kommst Mitte Februar zu Newcastle mit im Normalfall zwei fitten Stürmern, Isaac und Wilson, ich glaube die spielen auch so einen Fußball, dass sie nur einen Stürmer vorne haben oder seltener mit Doppelspitze spielen und dann bist du da, was ich gerade angesprochen habe, der dritte Stürmer, so, deswegen sehe ich das gerade, wenn er eben das Argument verfolgt und sagt, ich will irgendwo ganz klar Stammspieler spielen, warum dann Sinoukassel, dass du da irgendwann Mitte Februar da anfängst und dritter Stürmer bist und dich da irgendwie hochpushen musst, deswegen auch da, sehe ich da halt irgendwie dann, dann, dann in dem Fall nicht. Letzter, in Sachen Transfernews, muss es genau noch sein, ähm, ist natürlich Alexander Nübel, auch der, habe ich auch schon viel angesprochen, zu auch immer, kann man immer nur quasi das Gleiche sagen, aber ist eben auch hier nochmal mit drin, auch nur kurz und knackig mit drin, weil eben sich quasi, was bei seinem aktuellen Verein, seinem abgebenden Verein aktuell, der FC Bayern München getan hat, nämlich Neuer verlängert, bis zu 25 und auch Ulreich mit dazu, heißt, nehmen wir auch noch diesen Peres, oder doch, da ist Peres, Peretz, irgendwie sowas heißt er, glaube ich, ähm, das heißt, die haben ja eigentlich aktuell drei Keeper aufgestellt, ich sehe da aktuell keinen Posten für Nübel im Sommer, das ist eben so ein bisschen neue News, dass es zumindest deutlich unrealistischer geworden ist, weil das war ja vielleicht mal irgendwie eine Mini-Chance, eine Mini-Hoffnung, dass Neuer immer aus der Verletzung schlechter zurückkommt, unsere Geschichten, ne, auch nicht mehr der Jüngste ist und eben schlechter zurückkommt, jetzt kommt er halt wirklich wieder gut zurück aus der Verletzung, Vertrag verlängert, das heißt, der Slot für die Bayern, auch wenn er eh schon immer gering war, klein war die Chance auf den Slot, ist zu, der ist zu, der Slot für die Bayern bei Nübel im Sommer, im Normalfall so, ähm, das heißt, die überlegen sich, mit Nübel nochmal zu verlängern, bis 226 Bayern aktuell, um ihn eben nochmal, ähm, ausleihen zu können, ähm, im nächsten Sommer dann, weil wenn du noch ein Vertrag, ein Jahr Vertrag hast, bis 25 kann es ja nicht verleihen, deswegen bis 26, ähm, und dann später zu entscheiden, wer Neuers Nachfolger wird, weil das kann ja immer noch werden, irgendwann, ne, so grundsätzlich, ähm, aber für Nübel soll jetzt wohl aktuell keine Option sein, auch hier von der STZ, STN, ähm, weil, ne, spielt gut bei uns, und hat jetzt auch Zeit, sich, äh, seine Zukunft so ein bisschen anzugucken, wir würden ihn gerne halten, ist ja glaube ich auch klar, so vom Ding her, ähm, aber auch da, jetzt wurde es auch so berichtet, so habe ich es ja auch, oder so haben wir es ja auch immer im Kopf, oder ich auch immer im Kopf, und sag es immer so, dass halt zu viele Fragezeichen sind, damit ich gerade sage, ja, Nübel bleibt im Sommer sicher bei uns, da sind zu viele Fragezeichen, weil, so wie es klingt, oder wie auch hier wieder berichtet wurde, du kannst Nübel nur halten, in derselben Konstellation, wie jetzt gerade, so wird es ja berichtet, eine Konstellation Laie, also du musst nicht eine dicke Ablösung bezahlen, plus, er, ja, hat ja glaube ich gerade die Hälfte vom Gehalt oder so, auf jeden Fall verzichtet er auf viel Gehalt, und das wäre ja auch dann nicht drin, bei einem, bei einem, ja, bei einem festen Transfer, zumindest nicht in dem Maße, sich irgendwie, da kannst du ja kein, kein Gehalt mehr aufteilen mit den Bayern, wie auch immer, ähm, das heißt, ja, ich sehe es gerade, Stand jetzt nicht für den Sommer, ähm, was natürlich geht, ist eben die Laie, wenn das klappt, dann gerne, weil das letzte Fragezeichen, oder das vorletzte Fragezeichen, eins kommt noch, ist natürlich die Zukunft von Dennis Simon, ist jetzt, wird jetzt, genau, heute ist er 18, genau, 18 Jahre alt, auch verletzt gewesen, jetzt zurückgekommen, wieder im Testspiel, auch da musst du natürlich gucken, ne, kannst es ja nicht irgendwie auch, einen absolut, richtig formstarken, oder auch mittlerweile Fanliebling, ne, bei jeder kleinsten Aktion kommt, Nübel, 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 äh, kannst du ihm auch nicht einen Weg verbauen bei uns, weil du sagst, Ende der 18-Jährigen wollen wir eigentlich aufbauen, aber wenn du jetzt Nübel kaufst, wie auch schon oft gesagt, Nübel kaufst, langer Vertrag ausstattet, dann eben auch bei ihm, wie gesagt, scheint der gerade nicht zu gehen, aber wenn du ihn kaufst, auch für gut Kohle kaufst, für richtig dick Gehalt kaufst, dann ist das Ding eigentlich zu, ne, so, dann ist dann Nübel im Normalfall, außer der Wechsel irgendwann dazwischen, die nächsten vier, fünf Jahre hier Stammkeeper, so, oder vielleicht sogar noch länger, ne, dann ist die Tür für Simon zu, deswegen wäre vielleicht echt eine Idee, äh, wie gesagt, ist eh noch lange hin bis Sommer, mal gucken, wie es bis dahin aussieht, wie sich die Situation auch verändert haben, die Entwicklungen sich verändert haben, Simon ist ja auch immer noch erst 18, ne, wir wissen, es ist ein Riesentalent, nicht nur in Deutschland, auch europäisch, ähm, auch schon gesehen, dass er eine geile Ausstrahlung hat, ein Tatspiel und so Geschichten, aber ist das schon ein Bundesliga-Niveau, so, ist das schon jemand, wo man sagt, Nübel, wir können, wir können nicht, äh, nicht weitermachen im Sommer, ist alles zu teuer, so, Simon, du übernimmst jetzt hier mit deinen 18 Jahren, 18, 18,5 Jahren, ähm, das ist eben auch die Frage da, sonst vielleicht echt die Idee, nochmal versuchen, Nübel, ein halbes Jahr zu, äh, ein halbes Jahr, nochmal weiterzuleihen, ein Jahr lang, eine Saison lang zu leihen, ab dem nächsten Sommer, um Simon eben irgendwo Spielpraxis geben, vielleicht findet er irgendwie ein zweites Register oder sowas, wo der Ambitionen auf Stammkeeper hat, das wäre vielleicht eine Idee, aber wie gesagt, ist noch alles ein bisschen länger hin, ähm, was jetzt auch ganz frisch kam, äh, so ein bisschen persönlichere, persönlicheres Thema, oder zwei persönlichere Themen, jetzt quasi auch mit euch, habt ihr mit drin, nämlich mit eurer, mit euch als geile Community, so ganz simpel gesagt, kam natürlich jetzt, ihr habt es mitbekommen, Spotify rappt, der Rückblick von Spotify, ähm, in die Insta-Stories reingeballert, und so Geschichten, ne, ähm, ist ja ganz klar, kam jetzt raus, und natürlich habe ich den auch bekommen, auch in die Insta-Story reingepackt, für mich, sag ich mal, für, äh, mein, ähm, mein Podcast hier, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich lade ja nichts explizit nur auf Spotify hoch, so, ich lade halt Dinge auch mit auf Spotify hoch, oder auch überall, aber jetzt in dem Fall ist eben Spotify mit dem Rückblick, ähm, hoch, wo es für mich Sinn ergibt, dass ich es eben auch da nochmal hochladen, weil man es sich auch da einfach als Podcast geben kann, wie das jetzt hier, wie Audio-Vlogs, oder generell einfach Stimmung in Videos, Spielfazit, lade ich halt einfach mit hoch, und dafür ist es da einfach nur als Zweitplattform, wie auch immer, so nebenher noch hochladen, weil es halt keinem weh tut, so, ähm, ist das echt, echt sehr ordentlich, und freut mich wirklich sehr, sehr hart, wie viele auch da einfach immer einschalten, ist das sehr, sehr geil, hier jetzt der kurze, äh, Spotify rappt, plus 222 Prozent, äh, höheren, plus 617 Prozent Streams, plus 246 Prozent Followerin, und plus 50 Prozent Minuten veröffentlicht, ähm, wirklich sehr, sehr geile Stats, ähm, muss ich hier sagen, ähm, 2.501 Minuten veröffentlicht, mhm, und jetzt natürlich das, auch da vielen Dank an jeden, wird auch ein, zwei Mal, ähm, ja, markiert, oder, ja, geschrieben auf Instagram, per DM und sowas, ähm, zum Spotify rappt, weil euch wurden ja auch die Top-Podcasts angezeigt, ich bin bei 916 Leuten in den Top 5, in Sachen Podcast, wie gesagt, Spotify Podcast, mache ich aber nebenher, deswegen finde ich es umso cooler da, in den Top 5, ähm, bei 1510 Leuten in den Top 10, ähm, ja, meistgehörten Podcasts eben in diesem Jahr, in diesem Spotify rappt, und eben der Top-Podcast, der Nummer 1 Podcast, der meistgehördeste Podcast, ähm, bei 168 Leuten, wirklich vielen, vielen Dank, freut mich wirklich sehr, wie gesagt, weil es eben einfach, eigentlich nur so ein Nebenthema ist, sag ich mal, einfach so, neben Schauplatz ist es Spotify-Dig, und dafür kommt da echt auch immer wieder gut was zusammen, ähm, ich sag mal, an, an Klicks und sowas, oder auch an, ne, Feedback, oder eben auch eben jetzt an Feedback im Sinne von, was jetzt statistisch, äh, für mich, äh, zurückkam, was ich euch vortragen konnte, ähm, ähm, vielen, vielen Dank, was das angeht, ähm, weil, ja, die Zahlen hätte ich nicht, und die Zahlen kann ich auch nicht vortragen, wenn ihr sie nicht bieten würdet, deswegen vielen, vielen Dank, und zum Schluss auch noch hier, ich will mal gleich übergehen, ähm, gab es jetzt hier einen Post, äh, vor kurzem, ähm, den ich auch quasi nur durch euch gesehen habe dann, weil ich eben da markiert wurde, nach da geht ein riesengroßes Dankeschön an euch ran, Christoph Kröger, kennt man natürlich von Kaltche Berlin, ähm, wer sind für euch die besten Under-the-Radar-Fußball-Content-Creator des Jahres, egal welche Plattform, Hauptsache noch unbekannter, und, ähm, da wurde ich halt echt sau oft, äh, sau oft markiert, so, so, Twitter ist so eigentlich die Plattform, wo ich so, ich sag mal, rein an Followern und so Geschichten eigentlich mit am wenigsten hab, so, ähm, aber da wurde ich echt oft, äh, oft, äh, ja, nominiert, wie auch immer, äh, markiert, ist das richtige Wort, deswegen vielen, vielen Dank da an jeden, hab auch immer ein bisschen rausgeschrieben hier, ich hoffe, ich hab keinen übersehen, es läuft alles in dieses, äh, in die Mitteilung, in den Mitteilungsbereich hier, ähm, in der, äh, bei Twitter, deswegen auch, ich hoffe, dass ich da keinen übersehen habe, ist teilweise ein bisschen unübersichtlich, Fengo haben wir am Start, Wuseliger Schwabe haben wir am Start, Gruß haben wir am Start, natürlich Kollege Niklas aus den alten Community-Streams, der gute alte Hertha-Fan, Kuske daraus, auch Ehrenbruder Nico mit am Start, Schikolas auf Twitch, gerne abchecken, richtig und wichtig, auch natürlich der, damals, ja, mit ihm zusammen gestreamt und eben die Community-Streams und so Geschichten, ähm, Jonas ist mit am Start, Bene Mann ist mit am Start, Julian ist mit am Start, Shilo ist mit am Start und natürlich Kevin, kennt ihr auch, Stamm-Kommentierer unter jedem Video, ähm, ich hab, wie gesagt, ich hab hier keinen irgendwie verpasst oder irgendwie in der Mitteilung in Uta gegangen, vielen, vielen Dank, ist echt krass, bei sowas, ja, einfach markiert zu werden, so, weil, ne, muss sich ja, muss sich ja Leute denken, ey, das mach ich jetzt so, ich find das cool und ich, ich nehm mir jetzt die Zeit hier raus und ich markier den da und das ist es mir wert und sowas, so, ähm, deswegen vielen, vielen Dank bei sowas, find ich irgendwie auch nochmal fast besonderer, ich glaub, das war ein ER quasi zu lang, aber egal, ähm, als, ich sag mal, die Views, die Abonnenten, wie auch immer, so eben so richtig, so gefühlt fast irgendwie, ja, lebendig das Feedback oder so Face-to-Face-Feedback fast, bei so Geschichten, die, wo ich auch ja eigentlich grundsätzlich gar nicht im Thema bin, es ist nicht so, als hätte mich Christoph Kröger markiert oder sowas oder mich vorgeschlagen, sondern ihr seid da aktiv raus, hier eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ja, genau zehn, glaube ich, zehn, elf Stück oder so, aktiv raus mich da markiert, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, sehr cooles Ding, als auch immer die Mitteilungen reingegangen sind, ähm, bei, bei Twitter und dann jetzt hier aber auch die letzten zwei Themen hier, ähm, auch nochmal ganz schön mit der Community-Interaktion, ganz klar Spotify-Rapt, Twitter, ähm, hier haben wir drin gehabt und genau, haben wir den Themenblock abgearbeitet, den VfB-News, äh, Mischmasch. Dann kommen wir jetzt zum Vorberichtsteil, sag ich mal, zu Werder Bremen, hier natürlich auch ganz wichtig zu sagen, gerne schon mal abchecken, falls ihr nicht getan habt, dann auch gerne nachholen, aber die RealNiko Talks, muss man ja sagen, mehr Zahl, einer bei mir auf dem Kanal, einer bei ihm auf dem Kanal, auch schon seit Ewigkeiten mit dem Kollegen, seit 2021 oder sowas gemacht, Kesti war der Erste, hier, 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 ähm, ich glaube, Schalke Update hieß er mal, Königs Blau TV und so, der war der Erste, mit dem ich so einen Fan-Talk gemacht habe, Vorbericht-Talk, und danach kam Nico, absoluter OG, auch Kesti, absoluter OG, seit so 20, 2021, irgendwann um den Dreh war das, ähm, natürlich auch hier wieder die Talks mit RealNiko, einer bei mir auf dem Kanal mit Fokus von Bremen, einer bei ihm auf dem Kanal mit Fokus von, ja, VfB für seine Bremer Fans, seine Bremer Abonnenten, ähm, und auch hier wieder, ganz klar, Pod Cannstatt, vorhin angesprochen, im ersten Video, hier wieder ein paar Stats oder ein paar Statistiken rausgenommen, die ihr ja auch eben im Einspieler seht, im Pod Cannstatt, aber auch da wieder, im Pod Cannstatt gibt es noch ein paar mehr, äh, Daten hier, da sich gezielt ein paar immer raus, auch so ein bisschen als Anregung, in den Pod Cannstatt reinzugehen, für den ich es ja so gesehen hauptsächlich mache, das rauszuschreiben, aber, ähm, mir ist es sowieso auch selbst interessiert, ich würde das ja auch so rausarbeiten, ne, so ist ja auch nicht, die nächste Topspielansetzung also, Samstag 1830, das nächste Traditionsduell pur, sieht man schon an den, an den riesigen Zahlen jetzt gleich kommen, ewige Tabelle der Bundesliga, Platz 4, also wir VfB auf Platz 4 gegen Bremen, Platz 3, das zeigt schon mal Standing, wir haben bisher 2792 Punkte geholt, in 1912 Spielen, und die Bremer haben 2933 Punkte geholt, in 1980 Spielen, also auch ein paar Spiele mehr gemacht als wir, in der Bundesliga, und auch ein paar mehr Punkte geholt, aber auf jeden Fall, das Standing ist klar, ewige Bundesliga Tabelle, Platz 4 gegen Platz 3, Bremen aktuell, auch den kleinsten Kaderliga, tatsächlich, aktuell auf Platz 12, mit 11 Punkten, auch wichtig für das Spiel, natürlich am Samstag, auswärts, haben sie bisher nur einen Punkt geholt, diese Saison, ne, also das läuft überhaupt nicht, generell, das gesamte Kalenderjahr, Jahrestabelle 2023, ist eine, die sich Bremer Fans nicht so gerne anschauen dürften, sind einfach die schlechteste Bundesliga-Mannschaft, also schlechteste aktuelle Bundesliga-Mannschaft, weil nach ihnen kommt nur noch Schalke 04, Hertha BSC, Heidenheim und Darmstadt, ne, ich glaube Bremen ist irgendwie 31 Spieler diese Saison gemacht, und die natürlich alle, ja, ein halbes Jahr, oder quasi maximal ein halbes Jahr Bundesliga gespielt, deswegen, aktuell der schlechteste Bundesligist, was das angeht, in diesem Kalenderjahr, und wir übrigens, obwohl wir ja 16. wurden letzte Saison, aktuell auf Platz 5, was das angeht, das ist auch brutal, ähm, Ex-VfBler gibt es tatsächlich nicht im Bremer-Kader, gibt es keinen Schalke, auch immer gerne drauf, beim VfB natürlich Undaf, ähm, der war von 2007 bis 2012 in der Werder-Jugend, ähm, offensiv ist Duxch wichtig bei Bremen, ne, sehr wichtig, wenn man den kalt stellt, das hat schon mal einiges kaltgestellt, 5 Tore, 24 Torschüsse und 3 Vorlagen, bei uns hat es ja ein bisschen verteilt, da auf Girasie, Undaf, Führig und so weiter, ähm, insgesamt haben wir mit 31 Toren fast doppelt so viele wie die geschossen, Bremen bisher 18, äh, Treffer, und eben, es kommt auch nicht von ungefähr, ähm, haben die zweitwenigsten Torschüsse in der Liga abgegeben, bisher Bremen, ähm, in der Passquote weiter Stiller immer anzusprechen, auf Platz 3 anzufinden, und das auch krass, vor dem ersten Bremer, Veljkovic ist das dann, kommen noch 4 VfBler, Karasso, Ito, Anton Zagadur, heißt, 5 VfBler kommen im Ranking der besten Passquoten, ähm, vor dem ersten Bremer, ähm, da deutlich ist auch in den Zweikämpfen, Platz 4 gegen Platz 14, also im Vereinsvergleich, VfB gegen, ähm, Bremen, im Kopfballduell ist es ein bisschen anders dann, da sind Zagadur und Anton, weit, weit vorne, und irgendwann kommt noch Pipa als erster Bremer, ähm, ähm, aber insgesamt, auf Verein gesehen, sind die 4 Plätze besser im Bundesliga-Vergleich, Bremen zum VfB, wenn es intensiv wird, dann geht es zum, äh, guten Mitchell Weiser, ähm, Top-Wetter bei Bremen hat der Kollege, in der Laufdistanz, in Sprints, intensive Läufe und in Fouls am Gegner, letztere muss man auch sagen, Bremen foult sehr, sehr viel, ja, gerne wollte ich gerade sagen, das ist natürlich kein Wort, sehr, sehr viel lieber, ähm, dritter Platz insgesamt in der Liga, in Fouls am Gegner, wie auf Platz 15, und ja auch in den Karten ganz unten dabei, der VfB ist ja echt, eine ordentlich faire Mannschaft, was das angeht, und auch interessant, schaue ich auch seit neuerdings wieder, ähm, habe ich früher auch öfter gemacht, jetzt habe ich es erst wieder aufgegriffen quasi, ähm, die Spielphasen an, und da ist interessant, 61. bis 75. Minute, also die 15 Minuten da, sind interessant, oder es dürften interessant werden, wenn es wie bisheriger Saisonverlauf läuft, denn da haben wir als VfB am zweithäufigsten getroffen, Bremen hat am häufigsten getroffen, in diesen Timeslot, ne, 61. bis 75. Und eben passend dazu, haben beide Clubs, der VfB und Bremen, jeweils in genau dieser Phase, 61. bis 75. ähm, auch ihre meisten Gegentore kassiert, ne, das heißt, da könnte durchaus was, ähm, passieren am Samstag, ähm, ist ein geiles Duell, ganz simpel, auch mit Nico ja schon ein bisschen geschwärmt, fast, ne, Traditionsduell, vorhin angesprochen, ewige Tabelle und so weiter, ähm, in das wir wahrscheinlich echt als Favorit reingehen, so ist das ja einfach aktuell, oft auch viele Tore gefallen in den Spielen, ähm, oft Spektakel, kann mich an 6 zu 3 erinnern und so Geschichten, ähm, jetzt natürlich, vor der, ich sag mal, endgültigen Prognose, natürlich auch das Thema PK und Startelf, ne, und diesmal haben wir echt einiges an Klarheit da, auch für die Startelf, ne, ihr habt es eben mitbekommen, wenn ihr es seht, aber ich mache trotzdem so eine künstliche Spannung hier mit rein, ähm, Ito ist ja verletzt, angesprochen, ähm, Ekloff auch wieder verletzt, nach seinem U21-Spiel, es tut halt echt nur noch weh, dem wurde ja echt, ein Riesentalent und alles, und dann wirklich so viele Verletzungen, so lange Verletzungen, so eklige Verletzungen, jetzt im Sommer verläuft der Vertrag aus, also dem haben die Verletzungen echt, vielleicht den großen Sprung echt kaputt gemacht, Massimo auch nicht dabei, ähm, Fragezeichen so leicht hinter Nübel und Stiller, ähm, Nübel hatte wohl eine Erkältung, aber hoffnungsvoll, äh, Hoeneß ist da hoffnungsvoll, so rum, Stiller muskuläre Probleme, ähm, beide also jetzt knapper erst, kurzfristiger erst, im Mannschaftstraining, aber auch bei ihm, auch bei Stiller ist Hoeneß hoffnungsvoll, ähm, und richtig neu, und richtig spannend, ähm, dann eben der Sturm, ne, weil Hoeneß sagt einfach auf der PK, kackend reißt raus, ja, und da von Gerasi spielen zusammen, er freut sich auf das Sturm-Duo, und ich glaube, es gab es bisher noch nicht unter Hoeneß, dass der schon ganz klar, einfach in die Welt hinaus, per Sound, Donnerstag, Mittag, 14 Uhr oder sowas, grob, ähm, ja, welche zwei Spieler schon mal sicher spielen, weil, wenn klar ist, irgendwer von den Spielern ist ja klar, aber hätte jetzt sein, dass einer von der Bank stattet, oder, ne, aber ne, Duo, das Duo vorne drin, auch ein Duo, das jetzt hier gute Loda Matthäus, eh geiler Typ einfach, als gefährlichstes Torjäger-Duell, Duo der Liga betitelt wurde, auch zu Recht, richtig und wichtig, ähm, die beiden haben ja auch zusammen eine geile Verbindung, hast du schöne Szenen gesehen in Frankfurt, und da fübelt quasi zu Gerasi auf der Bank, die zeigen aufeinander, lachen miteinander, geil, einfach geil, weil, ne, das sind einfach zwei grandiose Torjäger, ich finde auch, oder man sollte meinen, dass Torjäger auch einfach mal Bock haben, auf das Tor mehr, auf den Elfmeter mehr, da gab es auch irgendwie, in anderen Vereinen oder so, auch immer wieder so Diskussionen, teilweise, die man so beobachten kann, auch in großen Spielen dann so, aber hier halt nicht, zwei grandiose Torjäger, die halt auch noch komplette Teamplayer sind, also geiler wird es einfach nicht, ähm, und auch hier, wie immer, genießen, enjoy it, while it lasts, ist ganz klar, ähm, und auch da, witzige Tweet gesehen, ähm, das, ne, im Polizeikontext, äh, dass damit, wo das Wort, hochrisiko gespielt, äh, hochrisikospiel gemeint ist, nämlich hier für Bremen, Werger, sie und unter zusammen auflaufen, das wird ein hochrisikospiel, für die Bremer Abwehr, ähm, ähm, auch das weitere perfekte Duo, ähm, wurde angesprochen, Karasso und Stiller, auch von Hönes angesprochen, auch von PK, ergänzt sich von Tag 1 an perfekt, das ist auch einfach bockstark, die beiden, das heißt, bleibt noch die Frage nach der Startelf, zwei Plätze, sind, äh, sind schon klar, so, und wenn man es jetzt wörtlich nimmt, so mache ich es auch mal, Doppelsturm, heißt, beide kommen als Stürmer, also nicht, gehst du hier vorne drin, und auf so Zehner mäßig, ne, sag ich jetzt mal ganz pingelig, wenn man wirklich nach dem Begriff Doppelsturm geht, ähm, ähm, dann, weil gegen Frankfurt nur einer von Beginn an war, ne, fällt ja auch einer aus der Frankfurter Startelf raus, und da war es dann eben echt, vorhin angesprochen bei Ito, echt problematisch, weil wir halt einfach gerade überall stark sind, das ist wirklich ein Luxusproblem, du willst eigentlich keinen rauslassen, würde ich damit sagen, das ist einfach der Wahnsinn aktuell, aber fangen wir an, hinten Nübel, ich denke mal, der wird schon fit sein, ähm, dann kann man diesmal durch den Ito-Ausfall auch, äh, ja, glaube ich, ganz gut auf eine Viererkette gehen, ähm, links natürlich Mittelstadt, ganz, ganz, ganz klare Geschichte, daneben Zagadou, dann Anton und rechts, habe ich mal Ruho rein, so als, ja, die, die, die wahrscheinlichste Lösung, ähm, würde ich mal tippen, kann auch Stenzel sein, kann auch Sergio sein, ist ja alles, dann eher rechter Verteidiger, kann auch Wagnoman sein, ne, auf jeden Fall Ruho, für mich teilt es erstmal im Kopf, davor Stiller, ich hoffe mal, dass der auch fit genug ist, und eben auch Karas war daneben, und dann baue ich mal, wie gesagt, wegen meiner Pingeligkeit, in Sachen Doppelsturm, ähm, ein 4-2-2-2 zu Ende, kann natürlich, wie gesagt, vorne locker variieren, wird auch variieren, ähm, oft ein 4-3-2-1, äh, 4-2-3-1, sorry, ich habe es sogar falsch aufgeschrieben, 4-2-3-1, natürlich auch perfekt möglich, so, wie ich es jetzt hier aufstelle, äh, kann man es auch so aufstellen, in eine andere Formation, aber so gesehen, dann halt links führig, rechts Milliot, auf diesen Zehnern, sag ich mal, Zehnernflügeln, wie auch immer, und vorne drin, Undaf und Gerasi, Doppelsturm, ähm, ich glaube, Hoeneß hat Bock, wenn er so rausposaunt, wir haben Bock, sowieso, ähm, das klingt auch durchaus, auch gerade offensiv und so, wenn er schon da rausposaunt, und dann das sage, und ich habe Bock, das mal zu sehen, von Beginn an, klingt das halt so derbe, nach offenem Visier, und auf richtig Offensivkraft, und auf Bock drauf, ähm, könnte sehr, sehr wild werden, die Favoritenrolle ist ziemlich sicher, mindestens mal leicht auf unserer Seite, glaube ich, kann man schon so sagen, Hoeneß hat natürlich auch, äh, zurecht gesagt, dass jedes Bundesligaspiel schwer ist, ganz klar, kann auch Fußball spielen, ist auch ganz klar, aber, ohne jetzt abheben zu wollen, oder sowas, überhaupt nicht, aber eben unsere aktuellen Verfassungen, und auch, wenn man aufs Restprogramm schaut, ist Bremen eben auch ein Gegner, der dann eben schlagbar ist, beziehungsweise geschlagen werden darf, gerade auch in einem Heimspiel dann, in so einer Serie, wie wir sie gerade haben, ähnlich wie dann auch Augsburg, als letztes Spiel vor der Winterpause, wenn du eben das vergleichst, zu den anderen Brocken, Dorton-Pokal, Leverkusen-Liga, Bayern-Liga, das sind halt die Kracher schlechthin, da, ich glaube, ihr versteht, was ich meine, interessant auch hier, Opta hat vor dem Spiel gegen Frankfurt, also vor dem Spiel gegen Frankfurt, noch ohne unseren Sieg und sowas drin, das Restprogramm der Bundesliga-Klubs nach Stärke der Gegner bewertet, also nach Schwierigkeitsgrad gewertet, und da haben wir das Schwerste in der Liga nach Eintracht Frankfurt und vor Werder Bremen, also beide Klubs auch da irgendwie wieder mit dabei, 87,5 von 100 Punkten kommen da zusammen, Frankfurt 0,5 Punkte schwerer, also 88 und Bremen 0,5 Punkte, leichtet das Programm auf Platz 3 dann mit 87, meine Prognose ist und bleibt optimistisch, ich meine, wann optimistisch sein, wann Bock haben, wenn nicht jetzt, so, das sage ich auch schon seit Wochen, wann, wenn nicht jetzt, Heimspiel, Topspielansetzung, 18,30, Flutlicht, ausverkauft, Euphorie pur, geile Stimmung, alles, so, dazu jetzt Beispiele wie die Jahrestabelle bei Bremen, der Lauf, die Aussatzbilanz von Bremen, so, wie soll ich denn da bitte gerade aktuell als VfB-Fan, das ist jetzt mit dem Versuch, das hier alles neutral und wie auch immer rüberzubringen, aber wie soll ich das bitte als VfB-Fan anders tippen als auf uns, 3 zu 1 Heimsieg, let's go. Und zum Schluss natürlich noch wie immer, die Spieltagstipps auch so zu finden bei mir in der Kicktipprunde, auch hier immer der Disclaimer, so gut läuft es bei mir aktuell da nicht, deswegen keine Tipps übernehmen in irgendeiner Form, Darmstadt gegen Köln eröffnet, mit dem 13. Spieltag, Freitagabendspiel, absoluter Abstiegskampf, Kracher, ich bin nur auf einen 1 zu 1 gegangen tatsächlich, Bayern wird Union 4 zu 0 besiegen, Leipzig 3 zu 1 gegen Heidenheim ist mein Tipp, Gladbach-Hoffenheim ist irgendwie so ein Ding, das mich irgendwie komplett auf den Unentschieden treibt, deswegen 1 zu 1, Bochum gegen Wolfsburg vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich glaube Wolfsburg war oftmals gar nicht so kacke in Bochum, deswegen 2 zu 1 Sieg für Wolfsburg in Bochum, irgendwie so ein bisschen bauchgefühlmäßig, VfB getippt schon, 3 zu 1 gegen Bremen, Mainz, ja, kann auch Unentschieden werden, lächelt mich auch fast an den Unentschieden, aber ich gehe da auf einen 1 zu 0 Heimsieg für Mainz, Leverkusen, auch da, Dortmund eigentlich gerade echt in einer guten Verfassung, haben wir auch nächste Woche, Mittwoch im Pokal dann, gucken wir, welche Verfassung sie da kommen, die kannst du ja eh nicht bewerten, bei uns waren sie wirklich kackendreist schlecht, bei uns, natürlich wir auch Bockstark, aber die auch wirklich dermaßen schlecht, Champions League haben sie performt, dann, ja, in der Liga, Spiel gedreht noch gegen Gladbach immerhin, aber gegen die hinten zu liegen, das ist auch erstmal nicht so geil, deswegen weiß ja keiner, wie die jetzt da auftreten, Leverkusen, mal gucken, das ist auch so ein kranker Lauf, wie lange der noch geht, wie ernst sie wirklich auf der 1 bleiben, und den Bayern richtig, die Bayern immer noch Verfolger sein lassen, sag ich mal, wie weit das Thema Meisterschaft wirklich geht, Bauchgefühl sagt irgendwie, dass Dortmund das nicht holt in Leverkusen, vielleicht ein Unentschieden, aber ich bin jetzt sogar wieder auf Leverkusens Sieg gegangen, das heißt, sie würden weiterhin wirklich ihr Ding durchfahren, und dann ja nächste Woche auch dann gegen uns in der Bundesliga auswärts, das nächste Topspiel muss man ja wirklich, ist ja einfach so, brauchen wir uns gar nicht, uns selber hoch zu hypen, es ist einfach ein Topspiel, es wird ja Platz 3 oder Platz 4, whatever, gegen Platz 1 oder sowas werden bei Leverkusen, aber hier 2 zu 1 Sieg, Leverkusen gegen Dortmund, und Augsburg am Ende, irgendwie klingt das nach einem ekligen Augsburg-Sieg, Augsburg eher richtig gut unter ihrem neuen Trainer, deswegen wollte ich vorhin auch gar nicht runterreden irgendwie, aber eben im Sinne, im Vergleich, in Relation zum Restprogramm, ist eben Augsburg zu Hause ein Spiel, wo mehr drin ist, also grundsätzlich mehr drin ist, als Auswärts in München beispielsweise, aber Augsburg ja echt auch wirklich ordentlich unter deren neuen Trainer, deswegen da eigentliches 1 zu 0 für Augsburg zu Hause gegen Frankfurt, damit ist der Spieltag durch, und dann bin ich auch hier durch, mit dem Zweiteiler, wie ich mir schon gedacht habe, im längeren Intro vom ersten Video, wurden beide Teile ordentlich lang, das heißt, ich glaube, meine Idee, das aufzuteilen, meine Idee auch, das nur rein auf Podcast- oder Audio-Ebenen zu machen, hat sich, glaube ich, bewährt, oder hat auf jeden Fall Sinn ergeben, wie immer auch hier, wieder gerne Kommentare und so weiter, alles rein in die Kommentare, was ihr hier zum Videoinhalt, zu Prognose, zu Spotify, Rap, zu Twitter, wie auch immer, zu allem, ab in die Kommentare damit, auch immer gerne natürlich kostenlos Like und Abre lassen, ganz klare Geschichte, ich habe total Bock auf das Bremen-Spiel, natürlich vor Ort, ist ja auch ganz klar, gibt wieder Audio, diesmal vermute ich auch wieder ein paar Clips, vielleicht auch wieder ein paar Clips von euch, wird auch wieder der Aufruf kommen dann, in der Insta-Story, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, natürlich wie immer, viel mehr fürs Zuhören, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.